willkommen zurück ich muss ja sagen das haben schon durch die letzten parts gemerkt dass ich nach und nach tatsächlich immer mutiger geworden bin mir das immer weniger ausgemacht hat hier so rumzulaufen mittlerweile habe ich aber das gefühl dass dieses spiel einem extra diese sicherheit vermittelt bisher das ja wirklich noch kein fähig aufgetaucht ist im aktiven kampf oder so eine verfolgungsszene war oder irgend so richtige jumpscare sachen ich glaube das wird jetzt je tiefer ich hier reingehe irgendwann halt kommen und dann werde ich mir direkt in die hosen kommen ich sollte mir nicht zu sicher sein und nein lampe nein lampe nicht da hat sich kein fisch bewegt das habt ihr doch auch gesehen oder deswegen hat das licht geflackert stammt bei dem fisch flackert auch immer das licht das bedeutet mein aller aller schlimmste albtraum in horrorspielen ich weiß ich zähle immer auf was ich in auch spielen so nicht mag aber das heißt das fisch läuft die aktiv vielleicht sogar rum und jagt ein ich hab ja vor diesem komischen ding aus dem bett immer noch richtig schiss also mit flackern am licht da wird es ernst würde ich einfach mal sagen da muss ich verdammt aufpassen das wird wirklich mein horror wenn hier irgendwie so ich sag mal random und dieses monster irgendwas rumläuft und pech begegnet man ihm dann oder so und dann flackert das licht und ich kriege schiss und ahhh das sprung kommen wir nicht hoch sie auch gar nicht lang oder nein so ja dann hat man hier nicht so epische maschinen wäre das auch nicht so interessant für kinder ganz ehrlich und ich vertrete ja immer noch die theorie dass er hier dieses massaker des todes angerichtet hat und sich nur nicht daran erinnert durch trauma durch den tod seiner freu wir werden sie wir werden noch sehen ob ich überhaupt richtig bin kann doch sein dass ich mich grad hart verirre aber nein ich glaube hier war ich noch nicht ja ja ich check okay kann ich nicht ich würde erst mal in anderen wieg checken aber oh grad darf ich jetzt richtig ernst ne wenn dahinten ein wieg lauert oder oh grad oder jamskir wie ich das nicht abkann ja aber ich würde es an nebenbei sein psychos oh shit ja aber ich würde es an nebenbei sein psychos jetzt so jauchel raus oder irgendjemand lauert da okay ist das nicht der das hauptmenü hier diese szene das sieht ja ganz nett aus okay kann ich nicht drehen kann ich auch nicht drehen ja komm schon komm schon komm schon komm noch nicht ja ja was wie siehst du dieses verkackte Gitter um mich guck fahr ich da gleich noch tiefer runter oder was scheiße will ich doch gar nicht ich will da nicht runter was ist das hier für eine abspritzanlage was ist das hier für eine abspritzanlage oh shit Leute ich mache erstmal licht an licht ist immer eine gute idee habe ich eigentlich eine neue notiz die ich verpennt habe äh nein das habe ich beim letzten part auch vorgelesen licht keine schubladen ah ja was haben wir denn bestimmt irgendwo wieder eine geheimen notiz wo doch nicht okay kann ja auch nicht immer oh gott oh gott ja er hat eine krasse zukunftsmaschine gebaut für die schweine verarbeitung beziehungsweise 1899 ok dann ja schon alles ne war ja grad so ein bisschen im kommen hat er wohl so eine richtig krasse flash verarbeitungsmaschine mit der erreicht wurde yeah ich hoffe er hat da wirklich nur schwein verarbeitet aber ich befürchte nicht es wäre ja auch zu ungruselig oh gott okay oha ist ja richtig schön gebaut hier könnte ja fast eine Wohnung sein das ist gut das ist gut alte telefon oh so sofort so ein show übern Rögn äh die fabrikbüros die fabrikbüros all diese hinweise auf eine große Arbeiterschafft aber keine tatsächlichen lebenszeichen es ist gar so als ob sich jemand sehr darum bemüht hätte die illusion einer funktionierenden fabrik zu kreieren Aber wenn man diese Fassade genau studiert, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch, ich muss meine Ängste beiseite legen, das Unbehagen unterdrücken, das sich mir in den Magen gräbt und meinen Weg fortsetzt. Ich will die Kinder nicht finden, ganz ehrlich. Make me clean, Mandus, that my thoughts and words can unfouled be. Yeah. Und einspäden. Was ist Mandus eigentlich für ein Name? Ne, mach mal ja. Aha. 1. Mai 1899. Andererseits, was wäre, wenn sie aufrecht stehen und wie Menschen laufen könnten? Was, wenn das Bestialische demzufolge im Zaungall werden könnte? Würden sie sehen? Würden sie ihren eigenen Gott finden? Ich habe diese Dinge gesehen und meine Antwort lautet ganz klar, nein. Nein, würden sie nicht. Einem ihn aufgezwungenen Gott aber würden sie bereitwillig die Treue schwören und ihm huldigen. Darin, so wurde mir gewahr, unterscheiden sie sich nicht von der Masse. Sie sehen uns äußerst ähnlich. Ist diese irreversible Schwelle erst einmal überschritten, werden unsere Fesseln zu eng und wir müssen freigesetzt werden. Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen. Zum Überwinden dieser großartigen Entwicklungsgeschichte muss sie zuerst auf dem Boden gemalt werden. Äh, 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 was? Ähm, ich lese daraus irgendwas Spezialisches. Vielleicht diese wiederauferstandenen Menschen. Haben wir ja bisher gehört, dass es irgendwie möglich ist, Leute wiederzubeleben. Und warum muss man Menschen zerschneiden? Warum ist das denn hier eine Fabrik für die Fleischverarbeitung? Gefällt mir alles ganz und gar nicht. Einfach wiederzubekommen. Erstmal hier noch gucken. Wenn jetzt da hinten die Lampen anfangen würden zu flackern, dann hätte ich so... Okay. Ähm, dann hätte ich so Schiss und das hat mir jetzt auch gar ein bisschen... ...es Blut gefrieren lassen. 22. August 1899. In Amerika sprechen sie davon, ihre Städte bis in den Himmel zu bauen. Das erscheint mir dann doch etwas töricht. Vielleicht aber ist das bei Nationen einfach so, die ohne eigene Geschichte gegründet wurden. Wir hingegen wandeln auf unseren Geschichten. Sie sind in den Lehm unter unseren Füßen komprimiert. Davon haben die von uns eingestellten Ingenieure gesprochen. Sie erzählen, wie sie beim Bau der U-Bahn oft auf ältere Tunnel stießen, die kreuz und quer unter der Hauptstadt verlaufen. Welche Paläste wollen unter uns begraben liegen? Wir graben und graben immerzu und eignen uns das Gefundene wieder an. Im Mittelpunkt des Planeten, so erzählt mir mein Architekt, befindet sich eine große Eiskugel. Das Ei der Welt. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Okay, das geht wohl hier weiter. Okay. Und wieder einmal diese gute alte Geschichte mit dem Spiegel, den ich spiegle und wo man durchgucken kann. Mit Glück bin ich demnächst auf der anderen Seite und sehe hier irgendwas Abgefucktes. Stimmt eine Blutspur hier lang oder... Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Aber ich werde es demnächst wissen. Und eigentlich möchte ich doch wissen, wie es jetzt ausgeht. Oh Gott. Ups, kleiner Ruckler am Rande. Und eine neue Notiz. 11. Oktober 1899. Zur Bändigung des Produkts. Noch vor der Initierung des Vorgangs wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedriger Dosen eines Laudanum-Derivats an. Dies bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe schleifen, denn so geraten sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Dieser Förderbandabschnitt ist gummibeschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophoren und einfachen akustischen Verstärkerröhren um die Reihe herum die Beruhigung des Produkts mittels Musik ermöglicht. De Bussi, De Bussi, erachten wir diesbezüglich als besonders effizient. Des Produkts. Ähm, okay, ich dachte ja die ganze Zeit eher so ein Einzeltäter, Psychopathenmörder, der Leute in seiner Schweinefabrik Zeugfleisch verarbeitet hat. Wäre legitimer Horror gewesen, ne? Alles cool. Aber mit dieser Wiederbelebungsscheiße und Bendingung des Produkts. Und da viele Produkte und Käfige und das war bestimmt auch ein Produkt, was vorhin weggelaufen ist. Also vorhin ein paar Parts zuvor. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Warnung, Treibstoffpumpen, flüchtige Chemikalien, diese Materialien sind hoch, höchst ätzend, Schutzkleidung ist Vorschrift. Äh, ich sehe jetzt mal meine Beine nicht, aber ich schätze mal ich habe keine Schutzkleidung. Aber ich glaube, das ist auch mein geringstes Problem. Oh Gott. Ähm, ich kann das nicht genau erkennen, aber ich würde sagen, dass das, das sieht so aus wie dieses Viech, was weggelaufen ist. Oder sind das nur Schweinekadaver? Dann wäre die nächste Frage. Oh scheiße. Dann wäre die nächste Frage, warum muss ich da hin? Okay, das sind nur Schweine, wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass die das... Oh Gott, warum keine Sinn nehmen? Das Spiel ist schon ein bisschen krank in dieser Situation gerade. Äh. Ein bisschen unnötig, dass man das aufnehmen kann. Vielleicht sind die auch die Schweine lebendig geworden. Oh, eine Notiz. Oder... Eine... Eine... Gedanke, was auch immer. Pumpwerk. Dies scheint eine Art Tankstelle zu sein. In den Fabriken von Herrn Jaham. Oder... Jaham. Und Herrn Simmon. Habe ich schon Automobile gesehen. Aber der Geruch hier passt überhaupt nicht. Das ist definitiv kein Robicin. Da bin ich mir sicher. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass diese Maschine auf irgendeine Weise sehr bedeutsam sein muss. Ja, wirklich Sherlock. Ein Tagebuch ist das. Okay. Warnung. Achso, das habe ich schon. LKW-Tankstelle. Dann drehen wir das Ding einfach mal auf. Können wir nicht. Das sieht mir auch nicht normal aus, das Zeug. Ich weiß ja nicht, wie... ...so Treibstoffe aussieht, aber... ...nicht so geschätzig. Auch damals nicht. Von 1900 oder irgendwas rum. Ich schätze mal, es ist 1900 bei den ganzen Notizen und... ...alles, was man findet, ist von 1899. Ist naheliegend, dass das... ...knapp ein Jahr später ist. Mindestens. Warum? ...knapp ein Jahr später ist... Oh, eine Notiz. Ich glaube, mit der Notiz bende ich diesen Part da nochmal. Wird langsam ziemlich creepy. Ja, okay. Das ist wirklich das Letzte, was ich heute vorlese. 28. September 1899. Stellt euch vor, sagten sie, eines Tages wird eine Maschine wie ein Mensch denken. Als ob das wünschenswert wäre. Fast könnte man damit prahlen, einen Menschen geschaffen zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt. Männer und Frauen auf allen Vieren, die sich gedankenlos paaren in ihre schmutzigen kleinen Sperma, Sentschreiben auf die Straße ejakulieren. Die Gassen und Gossenquellen fasst über vom Stumpfsinn der Verspritzung bedrückt ihrer Vereinigung. Die Luft schwärmt ihrem lustvollen Gewimmer. Körper überströmt ihren eigenen Absonderungen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass sie Passant mit ihrem Samen besprühen. Okay, okay. Und dennoch ist dies der Zustand, den Babbage anstrebte. Tja, Babbage. Kranker Typ. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellung. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein und wir würden vor ihm auf die Knie fallen und ihm huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten und zum Unzuchttreiben schaffen. Vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und uns zu befreien. Ich lehne Babbage ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in der Gosse kopulieren, wie sie möchten. Denn schon bald werden wir sie uns greifen und ihnen ihre Himmelfahrt erleichtern. Hätte die ganze Stadt das irgendwie hart abgefuckert noch sein? Diese Maschine, was kann die, was macht die? Und all diese Fragen, vielleicht im nächsten Part. Bis dann.